Die Marktkorrektur hat sich in dieser Woche weiter fortgesetzt. Wenn wir auf die Heatmap schauen, die seht ihr hinter mir und jetzt hier eingeblendet, dann sehen wir, dass ein Großteil der US-Aktien in dieser Woche weiter verloren hat. Und der S&P 500 Equal Weight Index, das ist ein Index, in dem alle 500 Aktien die gleiche Gewichtung haben, also ganz anders als im S&P 500, dann hatte dieser Index seine schlechteste Woche seit dem September 2023. Und auch der WIX, also der Angstindikator der Börse, hatte einen weiteren heftigen Ausschlag. Glück für mich, denn in der 100x Gruppe hatten wir am Donnerstag eine Call-Option auf WIX Futures gekauft und diese Call-Option hatte dann am Freitag mehrere hundert Prozent zugelegt. Natürlich hat uns da die Iran-Sache gut in die Karten gespielt. Die Position haben wir geschlossen bei 630 Prozent plus. Positionsgröße war 0,5 Prozent vom Gesamtdepot. Das heißt, aufs Gesamtdepot runtergerechnet haben wir 3,2 Prozent Rendite erwirtschaftet. Ich bin ganz happy damit. Einige Verluste der letzten Woche haben wir damit ausgeglichen. Du kannst auch Mitglied werden in dieser Gruppe ganz einfach auf projekt100x.de. Link ist in der Videobeschreibung, damit wir mehr solcher Trade-Ideen zusammen entwickeln können. In sehr volatilen Märkten wird es sicherlich da die ein oder andere Gelegenheit geben. Der Grund für die Nervosität der Märkte, ihr habt es alle mitbekommen, Iran und Israel, der Konflikt hat eine neue Ebene erreicht. Aber diese Eskalation ist vielleicht erst der Anfang einer größeren Geschichte und hat das Potenzial, die Märkte noch tiefer in den Keller zu schicken. Das sind jedenfalls die großen Schlagzeilen in den Börsenmagazinen. Deswegen schauen wir uns die Sache mal etwas genauer an. Also der Iran hatte seinen Vergeltungsschlag wohlwollend, in Anführungsstrichen, also mit großem Vorlauf angekündigt. Das heißt, Israel war auf diese Attacke vorbereitet und Iran schickte langsame Drohnen, die viele Stunden unterwegs waren, ich meine an die 6-7 Stunden unterwegs waren und teilweise schon in anderen Ländern abgefangen werden konnten. Ja und die Drohnen wurden dann auch supplementiert von ballistischen Raketen, die aber ebenfalls zu 99% abgefangen wurden. Das heißt, minimale Schäden, keine Todesopfer, soweit mir bekannt ist, aktueller Stand Sonntag 16 Uhr. An der Seite Israels standen nicht nur westliche Mächte wie die USA, Großbritannien und Frankreich, sondern auch Jordanien, nicht ganz so überraschend, aber auch Saudi-Arabien. Jedenfalls berichtet der saudische TV-Sender namens Al-Arabia, ich glaube, so spricht man das aus, dass auf saudischem Staatsgebiet Drohnen abgefangen wurden. Das wurde noch nicht offiziell bestätigt, dieser TV-Sender berichtet es und einige britische Abgeordnete spiegeln diese Meinung auch derzeit auf Social Media wieder. Und das ist für mich vielleicht sogar die spannendste Meldung aus der letzten Nacht, die Beteiligung von Saudi-Arabien und Jordanien und der Verteidigung Israels gegen iranische Angriffe. Diese Entwicklung zeigt, dass sich die Dynamik dort verändert in dieser Region, in der die Bedrohung durch den Iran neue Allianzen entstehen lässt. Nun ist diese Allianz Saudi-Arabien-Israel nicht ganz neu, aber sie wird gerade verstärkt. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Was sagt der Iran nach diesem Angriff? Zitat, wir sehen diese Operation als abgeschlossen an und haben nicht die Absicht, sie fortzusetzen. Zitat Ende, sagte der Generalstabschef der iranischen Streitkräfte. Die Tatsache, dass iranische Offizielle diesen Angriff als Erfolg bezeichnen, obwohl er nur minimalen Schaden verursacht hat und fast alle Flugkörper abgefangen wurden, zeigt aus meiner Sicht, dass es immer mehr darum ging, eine Botschaft der Abschreckung zu senden. Iran will keine Eskalation, sondern sie mussten mit dieser Attacke ihr Gesicht wahren. Aber jetzt liegt der Ball bei Israel und jetzt scheiden sich die Geister, wie die Reaktion ausfallen wird. Entweder Stufe 1, große Worte und vielleicht Wirtschaftssanktionen. Stufe 2, ein Angriff von iranischen Assets, aber nicht im Iran, sondern im Ausland, zum Beispiel Syrien. Oder eben Stufe 3, direkte Gegenangriffe auf iranischem Gebiet. Obwohl mein Basisszenario Stufe 2 ist, wir wissen es nicht. Und vor allem der innenpolitische Druck auf Netanjahu spricht auch für Stufe 3. Denn man glaubt, dass seine politische Karriere von Netanjahu dann endet, wenn dieser Krieg, wenn dieser Konflikt endet. Und da könnte man als Politiker ja auf die Idee kommen, nochmal das eigene Vermächtnis, die eigene Biografie mit einem echten Erfolg zu beenden. Ein Erfolg wie zum Beispiel der Zerstörung des iranischen Nuklearprogramms. Oder jedenfalls den Krieg am Laufen zu halten, solange es geht. Biden hat jedenfalls heute klar ausgeschlossen, sich an Angriffen gegen Iran zu beteiligen. Die israelische Börse, die übrigens Sonntag bis Donnerstag geöffnet ist, also heute schon handelt und uns einen Einblick gibt, was die Märkte denken, ist heute am Sonntag jedenfalls grün mit plus 0,6 Prozent. Keine panischen Abverkäufe. Die Märkte glauben, es ist derzeit keine Eskalationsspirale im Gang, was wir durchaus positiv werten können. Bloomberg schätzt die Marktlage jetzt wie folgt ein, Zitat. Da die Anleger bereits durch hartnäckige Inflation und die Aussicht auf höhere Zinsen verunsichert sind, wird die Eskalation der Nahostkrise bei der Wiederaufnahme des Handels am Montag für neue Volatilität sorgen. Die Märkte im Nahen Osten eröffneten nach dem iranischen Angriff, der als maßvolle Vergeltung und nicht als Eskalationsversuch wahrgenommen wurde, relativ ruhig. Die Auswirkungen auf den Markt könnten jedoch über den Nahen Osten hinausgehen, da sie sich auf die Öl- und Energiepreise auswirken und die globalen Inflationsaussichten beeinflussen könnten. Aber der Markt hat diese Situation am Freitag bereits teilweise eingepreist, sodass die Auswirkungen nicht sehr groß sein dürften, falls es nicht noch schlimmer wird. Es wird ganz sicher kein langweiliges Börsenjahr. Inflation, die deutlich länger, deutlich höher bleibt als erwartet. Die Notenbank. Erste Zeichen einer sich abschwächenden US-Wirtschaft. Steigende Arbeitslosigkeit, fallende Vollzeitbeschäftigung, ersetzt durch Teilzeitbeschäftigung. Hohe Konsumschulden, schlechte Konsumentenstimmung, Schwäche im Immobiliensektor. Es gibt überall so kleine Schwelbrände, die sich gerade multiplizieren, jedenfalls gefühlt. Dazu kommt die Präsidentschaftswahl in den USA, die aus meiner Sicht auch ein starkes politisches Risiko darstellt. Generell eine Börsensaisonalität, die in den nächsten Monaten problematisch werden könnte. Ich bin deshalb weiterhin auf der Suche nach Trades wie am Donnerstag, wo wir also auf kurzfristiges, starkes Anziehen der Volatilität setzen und versuchen so jedenfalls teilweise die potenziellen Verluste aus unseren Aktieninvestments zu kompensieren. Deswegen schaut gerne vorbei auf projekt100x.de, um informiert zu bleiben. Bis hierhin erstmal, bis zum nächsten Video. Ciao.